Musik Und das ist ja das Tolle an der Zukunft ist, dass es mit tollen Inhalten kann man überall punkten. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass etwas nur in Deutschland funktioniert. Das kann vielleicht sein, bei irgendwelchen Kommunen, Humor zum Beispiel, ist schon manchmal sehr national geprägt. Aber ansonsten ist es so, dass man, wenn man was Tolles hier entwickelt, das dann auch in der Welt funktioniert.